Hallo liebe Bitbull Trader und ein herzliches Willkommen natürlich auch an all diejenigen, die das noch werben möchten. Bitcoin tradet bei 67.100 US-Dollar. Wir sehen den Tag über jetzt, wie zu erwarten war, eine kleinere Korrekturphase. Das haben wir uns jetzt auch dann am heutigen Update-Video schon angeschaut. Jetzt schauen wir uns natürlich das Ganze nochmal an, was können wir jetzt für den heutigen Abend erwarten. Das heißt, die nächsten paar Stunden werden natürlich wieder entscheiden. Und vor allem, wieso du eigentlich jetzt jede einzelne Möglichkeit für dich nutzen solltest, um wieder in diesen Markt einzusteigen, werde ich dir heute dann auch nochmal ganz kurz erklären. Und wir müssen uns natürlich dann noch wichtige Daten anschauen. Wir schauen uns auf jeden Fall nochmal die wichtige Liquidierungs-Map an, weil da hat sich auch wieder einiges getan seit heute Morgen. Und wir werden uns natürlich dann auch nochmal eine spannende Grafik anschauen, nämlich was es einmal mit dieser auf sich hat. Und jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, wann soll ich wieder kaufen? Habe ich überhaupt genug gekauft? Habe ich genug investiert in Bitcoin, dass ich den nächsten Bullrun hier mitnehmen kann? Und hier, um ein gutes Beispiel zu nehmen, das einzige Problem, was sehr viele Leute da draußen im Moment haben, ist einfach, sie haben nicht genug gekauft oder finden einfach nicht den richtigen Einstieg. Dafür soll dieses Video jetzt sein, wie du jetzt den nächsten richtigen Einstieg bei Bitcoin findest. Das erfährst du jetzt in diesem Video. Ich hoffe, du hast Bock. Lehn dich gerne zurück. Wir starten rein. Let's go. Gut, wie immer gibt es ein kleines Trade-Update. Seit heute Morgen hat sich da jetzt nicht allzu viel verändert. 15.300 Dollar bin ich weiterhin im Profit mit diesem Trade. Diesen Trade werde ich auch nochmal massiv hochschrauben, wenn Bitcoin auf ein gewisses Support-Level fällt. Das schauen wir uns dann alles nochmal im Detail an auf dem Trading-Few-Chart. Das heißt, wir schauen uns natürlich dann einmal die kurzfristigen Sachen an, die mittelfristigen und auch natürlich die langfristige Prognose. Und ich werde dir auch dann nochmal zeigen, wann ich genau diese Position vergrößern werde. Und ich werde dir auch zeigen, wo es möglich ist, dann neue Positionen auch nochmal aufzumachen, weil es tut sich wieder was sehr, sehr Spannendes auf. Dann gehen wir mal kurz rein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wie sieht es mit der Liquidität aus? Die Liquidität haben wir uns ja heute auch angeguckt, nämlich heute Morgen. Und wie du ganz gut erkennen kannst, ist es im Moment so, dass wir hier eigentlich kontinuierlich ein bisschen nach unten gefallen sind. Das haben wir ja auch erwartet, habe ich auch heute Morgen gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit eher heute nochmal besteht, dass wir nochmal einen kleineren Step nach unten machen. Aber nichtsdestotrotz halten wir eigentlich relativ stark genau dieses Level. Also zwischen 68.000 und 66.000 US-Dollar können wir uns zur Zeit richtig gut halten. Und wenn man sich so eine Abwärtsbewegung anschaut, muss man natürlich dann immer nochmal damit rechnen, dass hier irgendwann eine Bodenbildung reinkommen kann. Und das sehen wir möglicherweise gleich. Und das schauen wir uns dann auch gleich nochmal auf TradingView an. Weiterhin immer nichtsdestotrotz unter uns bei knapp 64.700 bis 64.000 Dollar liegt noch ein ganz großer Block an Liquidität. Über uns kommt jetzt auch wieder ein bisschen was rein, weil sehr viele Leute jetzt hier wieder anfangen, neue Long-Positionen zu eröffnen. Das heißt, wenn der Kurs nach unten geht, steigen wieder neue Long-Positionen ein. Geht der Kurs nach oben, werden immer mehr Short-Positionen gemacht, Short-Position, Short-Position. Warum? Weil halt viele davon ausgehen, okay, wenn wir die ganze Zeit steigen, muss es ja irgendwann mal wieder nach unten gehen. So solltest du als Trader eigentlich nie denken, aber der allgemeine Markt, wie du hier sehen kannst, denkt einfach so. Das heißt, es ist immer sehr wahrscheinlich, wenn wir dann kontinuierlich nach unten fallen, dass immer mehr Long-Positionen reinkommen, Long-Positionen, Long-Positionen, Long-Positionen und sich dann hier oben wieder was gut aufbaut. Also was das angeht, sind wir auf jeden Fall auf Kurs. Dann gehen wir noch ganz kurz rein und Leute, vielen lieben Dank für eure krasse Unterstützung. Auch das heutige Update-Video in der Früh hat schon 2050 Likes, schon mehr als 14.000 Klicks. Deshalb vielen lieben Dank für eure geile Unterstützung. Wenn du natürlich Bock hast und hier kostenlos reinfolgen möchtest und gerne der Community beitreten willst, alles komplett kostenlos, kannst du diesen Kanal sehr gerne einmal abonnieren. Du kannst natürlich liken und vor allem schreib doch was Nettes unten rein in die Kommentare. Das unterstützt zum einen den Algorithmus hier auf YouTube und somit unterstützt du auch automatisch diesen Content, damit ich diesen jeden Tag für dich kostenlos bringen kann. Vor allem von Montag bis Freitag immer zwei Update-Videos, damit du in der volatilen Phase des Marktes hier am besten abgeholt bist und natürlich ganz genau weißt, was du als nächstes zu tun hast. Deshalb vielen lieben Dank für deine Unterstützung und herzlich willkommen der Community. Und wir machen weiter mit dem Video. Gut, ein kurzer Ausblick noch auf Sui. Wie sieht es da im Moment aus? Bei Sui sieht es eigentlich relativ entspannt aus. Wir haben heute wieder knapp zwei Prozent zugelegt, sind jetzt wieder bei knapp zwei Dollar und sechs Cent. Wir waren hier gestern mal hier wieder Richtung zwei Dollar glatt unterwegs. Nichtsdestotrotz sieht man jetzt auch hier nochmal bei Sui, dass wir wirklich sehr, sehr stark angestiegen sind. All-Time-High war bei 2,29 sowas ungefähr. Und wir müssen natürlich jetzt damit rechnen, dass du jetzt immer diese kleineren Korrekturphasen reinbekommst. Das ist völlig normal. Aber wie du halt hier wirklich gut erkennen kannst, es geht wie so eine Stufe immer Step-by-Step weiter nach oben bei Sui. Also Sui immer sehr, sehr stark. Aber auch da würde ich euch jedes Mal empfehlen, wartet auf die wichtigen Retests ab. Wartet darauf, dass Sui nochmal einen Step nach unten macht auf die wichtigen EMAs. Und dann könnt ihr auch dort erstmal einen Bounce erwarten. Wie sieht es aus mit dem Fear & Greed Index? Fear & Greed Index, und das beunruhigt mich etwas, ist auf 71 Punkte. Gestern war dieser auf 73 Punkte, jetzt sind wir bei 71 Punkte. Was ist dieser Fear & Greed Index? Das heißt, es ist eigentlich nichts anderes als die Angst und die Gier. Das heißt, wenn wir hier in einer Gier, also in dem Gier-Bereich sind, im Grünen, muss man wirklich sehr vorsichtig sein, weil sehr viele Leute jetzt in den Markt reinschwappen und hier reinkommen und sagen, jetzt muss ich aber noch Bitcoin kaufen, bevor wir jetzt auf die 70.000 Dollar gehen und nach oben hin ausbrechen und so weiter und so fort. Und das wissen natürlich auch die Market Maker. Und deshalb will ich euch heute in diesem Video auch vor einiges warnen. Und zwar nämlich von einem wichtigen Punkt. Bitte passt vor Liquidation Wigs auf. Was ist ein Liquidation Wig? Ein Liquidation Wig ist eine sehr starke Bewegung nach unten. Kurzfristig kann bloß 15 Minuten dauern, vielleicht mal eine halbe Stunde, vielleicht auch nur wenige Minuten. Das heißt, der Kurs wird sehr stark nach unten gedippt, teilweise 2.000, 3.000 US-Dollar und wird sofort dann wieder aufgekauft. Warum wird das gemacht? Das machen speziell die Market Maker, um wieder frisches und neues Kapital reinzuholen in den Markt und vor allem neue Positionen, die hochgehebelt in den Markt drin sind, rauszuliquidieren, damit wieder frisches und Geld reinkommt. Okay, also bei sowas immer bitte vorsichtig sein. Das war auch im letzten Bullenmarkt sehr, sehr häufig der Fall. Das hatten wir eigentlich fast alle 2, 3 Tage gesehen und ich erwarte auch, dass in den nächsten kommenden Tagen, dass wir sehr, sehr starke Liquidation Wigs sehen und somit auch die Volatilität bei Bitcoin wieder steigt. Also 71 Punkte, was geht da so rein? Da geht Volatilität rein, Market Maker Volumen, Social Media, Dominanz, Trends und so weiter. Alles spielt da ein bisschen mit rein. Und wie ihr sehen könnt, auch hier eigentlich seit dem 12. Oktober sind wir kontinuierlich am Ansteigen von diesem Fear and Greed Index. Jetzt möchte ich euch noch eine wichtige Grafik zeigen. Und die siehst du nämlich mal hier. Und zwar unter uns haben wir einmal den RSI. Wir können hier ein bisschen rauszoomen. Grüße gehen raus an Scalping Pro auf Twitter. Ja, das ist zu klein, lieber Bastian. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, wenn man sich das jetzt aber hier einfach mal anschaut, ist es wirklich sehr, sehr spannend. Und zwar haben wir hier unten einmal unserem RSI. Und ihr seht immer, wenn dieser RSI hier oben angetatscht ist, an dieser Trendlinie, ja, er hat hier mal eine Trendlinie reingezeichnet, war das eigentlich immer unser Bullenmarkt Top. Also ihr seht jetzt hier angetatscht, das waren die 20.000 Dollar, das war 2018 Bullenmarkt Top. Hier vorne angetatscht 2014, 13.000 Dollar Bullenmarkt Top. Hier angetatscht 2021, auch hier war es bei knapp 69.000 US-Dollar unser Bullenmarkt Top. Und jetzt schaut euch mal den RSI an. Und das ist, by the way, der Monatschart. Jetzt schaut euch mal den RSI an. Der RSI ist weit, weit davon entfernt, hier oben anzutaschen. Das heißt, wir haben noch sehr viel Luft. Und da stellt sich halt dann jeder die Frage, was ist denn jetzt ein realistisches Ziel, ein realistisches Preisziel bei Bitcoin für den nächsten Bullenmarkt? Ich habe ja gesagt, wir können uns glücklich schätzen, wenn wir die 100k anlaufen. Ich werde auch kurz vor 100.000 Dollar etwas Profite realisieren, auch von meinem HODL-Portfolio. Was man hat, das hat man. Ja, aber die Prognosen gehen halt schon jetzt wieder sehr, sehr weit hoch. 220, 250, 500.000 Dollar und so weiter und so fort. Ich glaube, realistisch gesehen, wir können uns sehr glücklich schätzen, wenn wir Dezember, Januar irgendwo bei 100.000 Dollar oder kurz vor 100.000 Dollar stehen. Ich glaube, das ist sehr realistisch. Und deshalb hast du ja auch diesen Kanal abonniert, weil ich versuche, dich so gut es geht hier auf den Laufenden zu halten, mit meiner realistischen und vor allem ehrlichen Ansicht auf diesen Markt. Ja, wir sind keine Moonboys, sondern hier geht es rein um das Thema Trading, damit du nachhaltiges Trading erlernst, damit du hier Step-by-Step dein Portfolio aufbauen kannst. Jetzt würde ich aber sagen, switchen wir komplett rein in die Chart-Analyse, weil es wird jetzt für heute Abend noch richtig interessant werden. Deshalb gehen wir jetzt rein. Let's go. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind hier auf dem 1-Stunden-Chart und wir haben jetzt eigentlich so das erste Preisziel erstmal erreicht. Was man jetzt hier sehen kann, wir formen eine kleine Bodenbildung. Das ist sehr gut und das wird jetzt auch die Möglichkeit wieder für kleine Daytrades oder auch für kleine Scalper hier einzusteigen, weil ich kann mir jetzt gut aus vorstellen, dass wir zumindest mal eine kleine Bewegung hier oben wieder reinmachen könnten. Zumindest kurzfristig einmal auf 67.900 Dollar nochmal nach oben ansteigen können. Wenn wir uns nämlich jetzt hier dann auch nochmal unseren wichtigen Indikator dazu holen und uns den reinladen, wenn du diesen auch haben möchtest, kannst du diesen kostenlos dir einfach mal reinziehen. Nämlich, wenn du dir einfach einen Account machst bei uns bei Bitbull Trading, kannst du diesen gerne dir reinladen, wenn der den lädt. Genau, da hast du nämlich jetzt hier einmal diesen ganzen Indikator für dich. Das bedeutet, wenn du da Bock drauf hast, mach dir einfach einen Account, komplett kostenlos. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Was sehen wir jetzt richtig? Bitcoin ist genau auf unseren 50er EMA gelaufen und hält sich da seit 1, 2, 3, 4, 5, seit 6 Stunden. Wenn wir jetzt hier oben ausbrechen, erwarte ich einen Breakout zumindest mal wieder Richtung Daily Open und hier hoch Richtung 67.900 US-Dollar. Wenn eine Ablehnung jetzt hier geschieht bei dem 20er EMA, werden wir höchstens die nächsten 2, 3 Stunden noch in dieser Supportzone bleiben. Dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, erwarte ich eher nochmal einen Breakout nach unten, um diese 1-Stunden-Vektor-Kerze hier unten nochmal zu fischen. Das würde bedeuten, dass wir hier unten nochmal reinlaufen auf den 100er EMA. Stand jetzt allerdings, wenn ich mir das so anschaue, bin ich weiterhin eher bullisch gerichtet bei Bitcoin. Er geht immer nur kurzfristig nach unten, um wichtige EMAs anzulaufen und auch auf dem 15-Minuten-Chart sieht man das auch nochmal ganz schön, was hier nämlich gerade im Moment stattfindet. Wir kriegen hier wieder ein wunderschönes W-Pattern rein. Vielleicht hat es der ein oder andere dann schon vorher gesehen, bevor dieses Video online kommt. Ich versuche es so schnell wie es geht auch jetzt gleich hochzuladen. Haben wir eine wunderschöne Bodenbildung gesehen auf unserem 200er EMA. Wir haben keine großartigen tieferen Tiefs gemacht. Immer schön wieder aufgekauft worden, aufgekauft worden, aufgekauft worden. Und jetzt seht ihr, jetzt sehen wir sogar live im Video, dass wir nach oben hinaus brechen. Technisches Preisziel wäre jetzt auf jeden Fall mal da oben. Das bedeutet, wenn man sich das jetzt hier hinsetzt, ja, auf jeden Fall mal Daily Open und die 67.900 Dollar, die solltet ihr auf jeden Fall für den heutigen Tag im Auge behalten. Und warum sage ich jetzt, warum solltest du jede einzelne Chance nutzen? Naja, wenn man sich das Ganze auch mal in der Vergangenheit anschaut und jetzt gehen wir einfach mal auf den Tagesschart, sehen wir einfach, dass auch auf dem Tagesschart es dann wirklich nicht viele Möglichkeiten immer gab, um wieder neu in den Chart reinzugehen, also neu einzusteigen, neu einzukaufen oder neue Positionen aufzumachen, okay? Das heißt, was man hier mal sehen kann, hier zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage, also eine ganze Woche komplett nur aufwärts. Selbst diese Bewegung ging komplett nur aufwärts, naja, dann ging es wieder 3, 4 Tage nach oben, dann hatten wir hier mal eine kleine Konsolidierungsphase und das sind dann genau diese Momente, wenn man dann hier einen Rücksetzer sieht, ja, wie zum Beispiel auch hier und diese Rücksetzer, das kann ich euch jetzt schon versichern, werden immer wieder kommen. Hier zum Beispiel sind wir 10% nach unten gefallen, hier nochmal um knappe 17% und das sind genau die Punkte, wo ihr wirklich dann smart sein müsst. Da dürft ihr euch nicht ablenken lassen und dürft ihr euch auch nicht denken, boah, jetzt fallen wir nochmal runter auf 10 Dollar oder was weiß ich was, ja, 10 Dollar, schön wäre es, ne, runter auf 40.000 Dollar, 52.000 Dollar oder solche Späße, okay, lasst euch da nicht abbringen, sondern diese Möglichkeit müsst ihr dann nutzen, wenn ihr noch keine Trades jetzt offen habt in dem Markt und sagt, verdammt, wann kann ich denn jetzt endlich wieder einsteigen, ja, kurzfristig gesehen, ja, würde ich jetzt auf jeden Fall mal auf dem 4-Stunden-Chart noch Folgendes im Auge behalten, das können wir hier mal wegmachen, das brauchen wir gerade nicht, und zwar auf dem 4-Stunden-Chart würde ich definitiv mal den 50er EMA im Auge behalten. Der wandert hier natürlich jetzt von 4 Stunden zu 4 Stunden immer weiter hier mit nach oben durch und wenn die hier oben mal irgendwann ankommt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir den irgendwann wieder antesten. Und das haben wir auch im letzten Bullenmarkt gemacht und wenn das passiert, ist das der perfekte Einstieg für dich, um wieder wunderschöne Positionen aufzumachen, deine Positionen zu compounden oder auch vielleicht nochmal für Spot nachzukaufen, wenn du meinst, dass dieser Preis für dich dementsprechend angemessen ist, okay. Also, darauf würde ich auf jeden Fall warten, ja, jetzt laufen wir genau auf das Daily Open, also ihr seht, so schnell kann es halt gehen und das ist jetzt auf jeden Fall auch das, worauf ich warten werde. Das heißt, selbst jetzt hier 4-Stunden-Chart bedenkt, wenn wir wieder hier abgelehnt werden, könnte ein Double Top entstehen, dieses Double Top würde uns dann erstmal hier runterbringen und somit dann hier auch auf dem möglichen 50er EMA, somit dann auch nochmal die Vektor-Kerze abholen. Also, das ist jetzt auch das, worauf ich erstmal warten werde. Klar, diese kleinen Sculpt-Trades, wie ich es dir jetzt auch gerade gezeigt habe oder auch diese auf dem 15-Minuten-Chart, diese wunderschönen kleinen W-Pattern, Leute, nehmt die mit, ja, das ist wie gefundenes Fressen hier, ja, für uns als Daytrader, damit machen wir Kapital und deshalb bist du ja auch hier auf diesem YouTube-Kanal und das ist genau das, worauf es ankommt. Das, ja, kriegen wir bei Bitcoin immer, immer öfter rein. Dasselbe hatten wir zum Beispiel auch hier, bisschen in einer größeren Version, aber auch da ging es einfach erstmal wieder, zack, um 3,68% nach oben. Auch hier, von dem 200 EMA ging es jetzt schon wieder knapp 1% nach oben. Das heißt, mit einem 10er-Hebel bist du einfach mal kurz 10% im Gewinn und das an einem Tag. Das ist natürlich richtig genial. Das heißt, behaltet das jetzt im Auge für den heutigen Abend. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier durchaus das Potenzial haben, wie ich es vorher gesagt habe, hier oben rein zu pushen, die Hochs nochmal anzutesten. Wenn wir die Hochs rausnehmen, werden wir höchstwahrscheinlich aufs High-ADR und auf unser M4-Level heute Abend noch laufen. Das heißt, wir werden hier nämlich einmal diese Vektor-Kerze noch fischen, also die Imbalance hier im Chart von knappen 68.400 bis 68.850. Und wenn das passiert, erwarte ich spätestens hier oben dann eine klare Reaktion. Das war auch das letzte Mal so, High-ADR. Spätestens hier werden wir höchstwahrscheinlich nochmal ein bisschen abgelehnt werden, aber den Rest erfährst du dann alles morgen früh im Update-Video. Ich hoffe, dir gefallen hier diese zwei Videos. Ich versuche, dich so gut es geht, jetzt hier durch diese volatile Zeit zu bringen und hoffe, dass du auch davon immer ganz gut profitieren kannst. Wenn es dir gefällt, lass gerne ein Abo da, gerne liken, kommentieren und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Morgen früh gibt es auf jeden Fall wieder ein Update und ja, gerne reinkommentieren und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Hau rein, bis dann, dein Basti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.